Moin moin und hallo zu einer heutigen neuen Folge und zwar geht es um das Thema Risikoanalyse beim Backlinkaufbau. Es gibt verschiedene Linkbuilding-Strategien und Taktiken und ja, nicht alle sind natürlich gleich gut. Nicht alle bergen ein hohes Risiko oder ein geringes Risiko. Es variiert immer sehr, sehr stark. In der heutigen Folge möchte ich einige Beispiele dir mal zeigen, inklusive einer Risikoanalyse. ChatGPT kommt auch mit vor, also sei gespannt. Bis gleich. Ja, starten wir direkt auch mit ChatGPT und ja, ChatGPT habe ich einfach mal gefragt, hey, mach mal eine Risikoanalyse zu gängigen Linkbuilding-Taktiken. Ordne die ein mit Stärke und mit Risiko. Das Chart schauen wir uns gleich mal an. Was spannend ist, welche Linkbuilding-Taktiken da gewählt worden sind von ChatGPT. Zum einen natürliche Backlinks, Gastbeiträge, Foren, Verzeichnisse, gekaufte Links, Linktausch und BPNs. Ähm, ich musste ChatGPT da ein bisschen mehr trainieren, äh, hatte BPNs und Linktausch nicht und sind noch einige andere Taktiken nicht dabei. Lass uns mal bei diesen elf Taktiken und gehen die mal durch. Und was spannend ist, ChatGPT hat von alleine, äh, die jeweiligen, ja, Linkbuilding-Taktiken in hochwertige Seiten und niederwertige Seiten geclustert. Ist natürlich klar, ein, ja, ein guter Gastartikel von einer starken Seite, der hat natürlich einen ganz anderen Impact wie ein billiger Gastartikel, der vielleicht noch bezahlt ist von irgendeiner schäbigen Webseite, wo gar kein Traffic vorhanden ist. Ja, auf unserem Blog haben wir natürlich einen super großen Linkbuilding-Guide-Artikel veröffentlicht und, äh, aktualisieren ihn immer regelmäßig mit sehr, sehr vielen Linkbuilding-Strategien. Die alle hat natürlich ChatGPT jetzt nicht genommen. Es wäre auch einfach zu viel, ähm, den Chart wäre relativ unübersichtlich. Aber ich glaube, so die gängigsten Linkbuilding-Taktiken hat ChatGPT auf jeden Fall genommen. Und ja, die gehen wir einfach mal durch. Punkt Nummer eins, natürliche Backlinks, also Backlinks, die man von alleine verdient. Das ist so ein bisschen Publish-and-Bray-Modus, äh, man erstellt so guten Content, dass andere das früher oder später verlinken. Das kann funktionieren, definitiv, äh, ich habe ein kleines Beispiel vorbereitet. Und zwar auch dieser, äh, besagte Backlink-Guide, der hat unter anderem von der Webseite medienkonzept-ulm.de, noch nie gehört, sorry. Äh, scheint eine andere Agentur zu sein. Die haben uns, äh, verlinkt und die haben sehr, sehr starke Werte laut Majestic. Also, äh, Trusthold 3322, mega krass. Und da wurde nichts bezahlt, da gibt es keinen Austausch in irgendeinem Hinterhof, hey, mach mal, dann mache ich das, irgendeinen Linktausch, sonst irgendwas. Nein, die haben uns völlig for free verlinkt. Und das meint ChatGPT mit natürlichen Backlinks. Ja, und dementsprechend stark sind natürlich solche Backlinks. Geringes Risiko, äh, sie werden von alleine gesetzt, niemand wurde bezahlt, bestochen. Und dementsprechend können die super stark sein, wenn sie natürlich von auch starken Seiten kommen. Das ist vielleicht natürliche Backlinks, hätte man hier auch klastern können zwischen nieder, niederwertige Seiten, hochwertige Seiten. Das hat ChatGPT ja nicht gemacht. Ähm, ein Backlink, den du umsonst bekommst. Der ist natürlich immer super, allerdings sollte man drauf achten, da ist man auch schnell in Linkspam drin. Also, wir haben unter anderem auch einen Backlink bekommen von einer Erotikseite. Und, ja, Farm2.de hat natürlich absolut gar nichts mit Erotik zu tun. Das sieht dann schon wieder eher sehr, sehr schlecht aus. Und das ist zwar ein natürlicher Backlink, der hat jemand ohne unser Zutun gesetzt, aber ist von einer Seite, die nicht themenrelevant ist, die nicht aktuell ist und, ja, eher schädlich ist. Deswegen könnte man hier jetzt sagen, hey, ChatGPT, baue das nochmal bitte um. Natürliche Backlinks auch hier mit hochwertigen Seiten und von, mit negativen Seiten oder, was heißt negativen Seiten, von niederwertigen Seiten. Und hier ist auch dann der besagte Chart von ChatGPT erstellt. Und ja, natürliche Backlinks sind hier rechts unten, also besonders stark mit geringem Risiko. Ist mal so die Sache, wie gerade eben erwähnt, wenn es von einer Erotikseite kommt, die nichts mit deiner Seite zu tun hat, dann ist auf jeden Fall das Risiko 10. Und die Stärke des Backlinks ist auch, auch wenn es eine starke Seite ist, wenn da keine Themenrelevanz ist, dann kannst du auch das hier im oberen Bereich setzen, weil Google wird das als Spam betrachten. Und das ist ja auch diese klassische Negativ-SEO-Attacken, die heutzutage eher von Google rausgerechnet werden. Dann war trotzdem früher immer das Problem, dass wenn andere nicht verlinken, absichtlich von schlechten Seiten, dann ja, kannst du dann theoretisch auch ein Google-Penalty dadurch bekommen, dadurch, dass andere Wettbewerber dich mit negativen SEO-Attacken abgeschossen haben. Deswegen eher sehr, sehr aufpassen. Natürliche Backlinks, wenn sie von relevanten Seiten kommen, dann natürlich absolut in Ordnung. Nächster Punkt, Gastbeiträge, Gastartikel von hochwertigen Seiten hat ChatGPT hier ebenfalls als stark angesehen und mit relativ geringem Risiko. Es gibt mir wieder die Aussagen von Google, dass sie Gastartikel nicht so toll finden, dass man solche Links bitte auf nur Follower setzen sollte oder erst gar nicht damit anfangen sollte. Wir haben komplett ja andere Erfahrungen damit gemacht. Also wir haben Gastartikel bei Zemrush, bei Riot, bei ganz vielen anderen bekannten Magazinen veröffentlicht. Und solche Backlinks haben uns wahnsinnig stark gepusht, unsere Seite nach vorne gebracht. Und das ist ganz im Gegenteil. Also auch wenn Google sagt, nein, in dem Fall Gastartikel, wenn sie wirklich gut geschrieben sind, wenn sie von hochwertigen Seiten kommen, dann auf jeden Fall ein klares Ja. Bleiben wir bei den Gastartikeln von hochwertigen Seiten. Das war ein Beispiel von zielbar.de. Hier ist ein Bild von mir, das ist gefühlt 100 Jahre alt. Da habe ich einen 101 SEO-Tipps für mehr Sichtbarkeit Artikel 2019 veröffentlicht. Es war verdammt viel Arbeit. Der Artikel hat wahnsinnig gut gerankt. Über diesen Link kam wirklich Traffic rüber 2019. Und ja, das war ein super Link. Das hat man einfach direkt gemerkt, dass auch die Sichtbarkeit von der eigenen Farbentür-Webseite nach oben gepusht ist. Und dementsprechend Gastartikel von hochwertigen Seiten, die Traffic haben, wo auch wirklich Leute kommentieren. Also 57 Leute haben diesen Artikel kommentiert. Beziehungsweise muss natürlich durch zwei teilen. Ich habe auch natürlich selbst immer wieder geantwortet. Aber trotzdem, 57 Kommentare. Da ging es auf jeden Fall richtig ab. Und dementsprechend sind solche Links super stark. Ja, machen wir weiter mit Verzeichniseinträgen. Also sprich sowas wie Go-Local, Hotfrog, 1188, 0. Die ganzen Standardverzeichnisse. In Klammern steht ja seriöse Verzeichnisse. Ist eine Stärke von 6, ein Risiko von 4. Ein Risiko würde ich persönlich bei 2 oder sogar bei 0 ansetzen. Und die Stärke würde ich allerdings auch nur bei 2 ansetzen. Einfach aus dem Grund, weil Verzeichniseinträge fast so gut wie nichts bringen. Für einen kleinen Blumenladen, für einen kleinen Friseurladen, der lokal nur gut ranken will, können diese kleinen Signale schon wunderbar funktionieren. Aber alle, die einen mittelstark umkämpften Wettbewerb bereits haben, können so viele Verzeichniseinträge machen, wie sie wollen von seriösen Anbietern. Das wird definitiv nichts bringen. Und natürlich kann das auch ganz schön im Gegenteil sein. Wenn man Verzeichniseinträge macht von minderwertigen Verzeichnissen, wenn man zu viele davon aufbaut, dann hat man ein relativ hohes Risiko und eine Stärke von eigentlich praktisch 0. Weil das sind ganz viele Unterseiten, ganz, ganz große Verzeichnisse mit Millionen von Unterseiten. Auf jeder Unterseite ist irgendein Anbieter verlinkt. Das sind Linkschleudern hoch 3. Und dementsprechend sind das sehr, sehr, sehr gefährliche Backlinks, die man definitiv nicht aufbauen sollte. Dann, ChatGBT sagt, Foren- und Kommentar-Backlinks von hochwertigen Seiten, Risiko eine 5 und Stärke ebenfalls eine 5. Ja, kann man jetzt wirklich sehr, sehr lange drüber streiten. Um erst sein, Blog-Kommentare und Foren-Kommentare bauen wir seit 10 Jahren nicht mehr auf. Besonders viele Foren sind einfach entweder extrem stark moderiert, man kommt da nicht rein und sie sind auf nur Follow oder sie haben anderes Attribut wie das UGC-Attribut und solche Linkkraft geht dann so gut wie gar nicht weiter. Besonders diese zugespamten Foren, die bringen absolut gar nichts. Hier hatten wir oben diese Spam-Seiten-Foren, Blog-Kommentare. Stärke 2, Risiko 9. Ich würde eigentlich, ja, Risiko 10 hier ansetzen und Stärke 0, weil solche Links von Spam-Seiten bringen definitiv nichts. Und von, auch wenn es hochwertige Seiten sind, die Kommentare werden so gut wie gar nicht mehr von Google bewertet. Wenn du eine ganz kleine Nischen-Seite hast, dann kann natürlich so ein Foren-Link, so ein Kommentar-Link, wenn da wirklich drüber Traffic kommt, kann natürlich einen kleinen Impact haben. Nach unseren Erfahrungen ist die Stärke ja maximal bei einer 2 und das Risiko bleibt halt einfach, wenn du die ganzen Foren zuspamst, dass du halt einfach nur ein Spammer-Link-Profil aufbaust und das sollte man tunlichst meiden. Ja, als nächstes hat ChatGPT Linktausch hier auf Risiko 6 und auf Stärke 4 gesetzt. Das ist ja auch natürlich Auslegungssache. Das hängt auch wieder davon ab, ob das eine starke Seite ist oder eine sehr, sehr schwache Seite ist, wo man den Backlink bekommt. Und ob das ein Reziproker-Linktausch ist oder ein Nicht-Reziproker-Linktausch. Um das Wissen zu vereinfachen, wird einfach stumpf von Seite A nach Seite B verlinkt und zurück oder wird hier über eine gewisse Vermittlerseite verlinkt, also sprich ein Reziproken-Linktausch, ein Nicht-Reziproker-Linktausch. Solche Nicht-Reziproken-Linktausche, Mehrzahl, sind natürlich nicht zu erkennen für Google. Da musst du natürlich aufpassen, es gibt Seiten da draußen, ansonsten in der Online-Marketing-Bubble, die machen das sehr, sehr exzessiv. Solchen Linktausch, das kann sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Das kann irgendwann riesengroße Flaggen sein. Hey, komisch, diese Seite wird von ganz vielen Agenturen verlinkt oder von ganz vielen anderen Blogs. Link dafür aber auch andersherum auf andere komische Seiten. Das kann sehr, sehr schnell hinten losgehen. Aber wenn man einen leichten Linktausch macht, ein, zweimal im Jahr, den nicht Reziproker anlegt, von Seite A zu C, B zu A, bla, bla, bla. Wie soll das Google erkennen? Wie soll das Google erkennen? Das sind leider, leider sehr, sehr starke Links. Ist natürlich, hat immer ein bisschen Geschmäckle, sage ich mal. Das sagen, glaube ich, die in Bayern. Damit kannst du natürlich kein seriöses Link-Bilding betreiben. Ja, das kannst du für dich als Nischenseiten-Inhaber, als kleinen Shop-Betreiber kannst du mal so einen nicht Reziproken-Linktausch machen. Aber wenn du Konkurrenz hast, die über, ja, sehr, sehr viel Power verfügen, sehr viel Budget investieren, in zum Beispiel Digital-PR, Content-Marketing, oder sei es von mir das Link-Kauf, da kannst du mit so einem Link-Tausch-Taktiken nicht mithalten, wenn die dann monatlich 10, 20, 30 super starke Backlinks bekommen und du machst ein, zwei Link-Tausche im Jahr, wird auf jeden Fall in die Hose gehen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ist Link-Tausch, so gesehen, kann er sehr, sehr stark sein. Wenn du wirklich starke Seiten bekommst, das wird allerdings sehr, sehr schwierig sein, da Partner zu finden und irgendwann hast du dann auch eine rote Flagge gebaut. Deswegen Link-Tausch, hier Risiko 6, Stärke 4, kann man variieren, hängt von der Seite, hast Risiko auf jeden Fall da auch, wenn du nicht Risiko-Grucken-Link-Tausch machst irgendwann, belinkst du einfach zu komischen Seiten hin und zurück, das passt einfach nicht und das ist einfach kein seriöses Link-Building. Machen wir weiter mit, ja, mit BPNs. Ich würde einfach sagen, bezahlte Backlinks machen wir ganz zum Schluss. BPNs, Private Block Networks, Expired Domains, dass man sich abgelaufene Websites, ja, sich schnappt und die neu projektiert und dementsprechend seine Projekte pusht. War vor circa 10 Jahren der absolute Renner oder davor auch schon, dass man sich einfach ausgelaufene Websites schnappt, die neu projektiert und dann einfach seine Money-Sites verlinkt. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Wahnsinnig wirklich krasse Erfolge. Ich muss ein bisschen schmunzeln darüber, weil wir es selbst, ja, Asche auf mein Haupt, weil wir es selbst natürlich auch vor 10 Jahren intensiv genutzt haben, das jetzt seit, aber seit locker 6, 7 Jahren nicht mehr betreiben, auch nicht mal für eigene Seiten, weil die Gefahr der Abstrafung ist wahnsinnig hoch. Der Aufwand, BPNs zu finden, also Expired Domains zu finden, die zu projektieren, die wie echte Seiten aussehen zu lassen, die zum Ranken zu bringen, das ist so ein großer Aufwand geworden. Das geht auch im Bereich Satellitenseiten. Das ist so aufwendig geworden, dass es eigentlich heutzutage der Aufwand sich nicht mehr lohnt. Lieber konzentriert man sich dann auf das Kundenprojekt oder auf das eigene Projekt und vergibt nicht Liebesmühe, um irgendwelche Fankseiten aufzubauen. Und Google ist wahnsinnig stark geworden mittlerweile, solche Expired Domains halt zu erkennen und dementsprechend aus dem Index zu werfen. Und was da mit den Verlinkungen geschieht, kannst du ja selbst denken, dass Seiten, die zu viele Expired Domains Backlinks haben, natürlich auch einem hohen Risiko ausgesetzt sind, abgestraft zu werden. Deswegen Risiko würde ich hier wirklich d'accord sein. Ist es eine 9, die Stärke aber auch hier eine 7 oder sogar eine 8, hängt natürlich auch von der Expired Domain wieder ab. Aber wenn man es richtig macht, eine richtig starke Expired Domain hat, dann ist es auf jeden Fall eine 7, 8 oder 9 sogar. Und das Risiko, wie gesagt, würde ich auch hier auf 9 oder sogar auf 10 setzen, weil das wirklich sehr, sehr heißes Eisen ist. Und wie gesagt, Google das wahnsinnig schnell erkennt und die Expired Domain aus dem Index raus. Ja, sobald eine Seite dann aus dem Index entfernt worden ist, also solche BPNs, Expired Domains, dann bringen sie natürlich gar nichts mehr. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum letzten Punkt und zwar zu den Backlinks kaufen. Hier hat ChecheBT gesagt, hey, bezahlte Backlinks von den niederwertigen Seiten ist eine Stärke von 2 und ein Risiko von 10. Würde ich auch so unterschreiben. Sehr, sehr hohes Risiko. Bezahlte Seiten, bezahlte Backlinks von Seiten, die gefühlt jeden verlinken, die auch Casinos verlinken. Und du hast einen Shop über, weiß nicht, Gardinen und kriegst dann aber von der Neighborhood, von der Seite, die auch Casino-Seiten verlinken. Und dann bekommst du auch über den Backlink. Das macht absolut gar keinen Sinn. Deswegen solche niederwertigen Seiten auf jeden Fall vermeiden. Bezahlte Backlinks von hochwertigen Seiten, hier Risiko 8, Stärke 7. Kann man auch wieder streiten. Was wir, ja, sehen in der freien SEO-Natur, sage ich einfach mal, dass solche gekauften Links, die von wirklich starken Seiten kommen, wo nicht jeder ein Backlink kaufen kann, wo nur eine bestimmte Anzahl an Publisher zugelassen sind, wo ein Linkkäufer zugelassen sind, da kann auch ein Backlink mal eine 9 oder sogar eine 10 sein von der Stärke. Risiko ist natürlich immer da, dass solche Redakteure auffliegen, die heimlich verlinken. Das ist natürlich auch vom Gesetz her nicht ganz so sauber. Da ist das Risiko natürlich wahnsinnig hoch, dass solche bezahlten Backlinks irgendwann hops genommen werden. Ich kann aber auch selbst aus Erfahrung sagen, aus unseren 10-jährigen Agenturerfahrungen, dass es wahnsinnig viele Nischen-Seiten, auch Business-Seiten da draußen gibt, in gewissen Nischen, die sich wie bescheuert Geld ausgeben und Backlinks einkaufen und die ranken wie blöde. Das ist nach wie vor eine Taktik, die halt gut funktioniert. Leider deswegen gut in Anführungszeichen nur mit Beratung sowas natürlich umsetzen. Wenn du selbst keine Ahnung davon hast, dann tun wir es davon die Finger davon lassen oder halt eine Beratung mit reinholen. Ansonsten bitte keine Backlinks kaufen, dann lieber auf den Part Gastartikel gehen, unnatürliche Backlinks und natürlich die große Überleitung, was fehlt hier? Natürlich Digital-PR, Content-Marketing, diesen ganzen Bereich des Marketings fehlt hier einfach. von ChatGBT habe ich jetzt mit Absicht nicht hinzufügen gelassen, weil ich dazu gerne mal ein paar Sätze noch verlieren möchte. Sich versucht, in Linkbuilding fit zu werden, sich aber auch stark mit der Webseite, mit seiner gesamten Brand auseinandersetzt und dann auch im Bereich Brandbuilding unterwegs ist, sich in seiner Nische auskennt, dann kann man natürlich auch so Backlinks verdienen. Das ist ein einfaches Beispiel jetzt hier, aus unserer Sicht, aus unserer Agentur-Webseite. Wann zum Beispiel war ich vor Ewigkeiten mal bei Jens Faultrad zu Gast im Podcast von termfrequenz.de, Grüße gehen raus und da habe ich natürlich auch einen Backlink bekommen, von einer relativ starken Seite, die themenrelevant ist, wo sich ganze SEOs tümmelt. Tümmelt ist natürlich für eine SEO-Agentur-Webseite, so ein Backlink ist natürlich Gold wert. Auch wurden wir von der Texte-Agentur interviewt, der Link wurde leider gelöscht, Grüße gehen raus, aber da wurden wir interviewt zum Thema Content, wie wichtig ist Content und haben dementsprechend, weil wir da ein Interview gegeben haben, auch entsprechend eine Verlinkung gehalten. Und so haben wir das eigentlich immer gemacht, dass wir stark genetworkt haben, auf SEO-Konferenzen gegangen sind. Da einfach auch, ich kenne einfach viele Leute aus dieser Bubble und hey, man lädt mal Gäste ein zu seinen Podcast, man wird mal selbst eingeladen und dadurch entstehen auch einfach Networking. Also man könnte stark, man könnte auch sagen, hey, Networking-Backlinks ist natürlich auch immer Auslegungssache, denn ist auch wieder schnell der Linktausch dabei, etc. Man muss ein bisschen schauen, aber was mir hier fehlt, ist dieser Digital-PR-Part auch, dass man wirklich hochwertigen Content erstellt und auch wirklich aktiv auf andere zugeht und da die Backlinks mit aufbauen kann. Also diese beiden Themen, Networking-Linkbuilding, sage ich es einfach mal und Digital-PR-Linkbuilding, das fehlt hier so ein bisschen. Da ist es aber noch schwieriger, da die Stärke einzuschätzen und das Risiko, deswegen das einfach nur so als Abschluss von mir gesagt und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Wenn du keine Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.